Vivi burnt Marvel Collectibles. Außerdem schauen wir uns aktuelle Zahlen zu dem Userwachstum an. Und Pixar bzw. Cars kommt zurück auf die Vivi App mit weiteren Collectibles. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Erst einmal wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Ostern. Ich hoffe ihr genießt die Zeit mit der Familie und auch das sehr gute Wetter. Jedenfalls bei mir scheint die Sonne heute. Und dementsprechend wünsche ich euch auch zu diesem Ostersonntag einen wunderschönen Tag. Und jetzt viel Spaß mit den kurzen Vivi News für heute. Vivi burnt Marvel Collectibles und zwar nämlich insgesamt vier. Und diese werden unter anderem bis Montag um 9 Uhr deutscher Zeit noch verfügbar sein im Store. Dann werden diese aber tatsächlich, ja, im Prinzip geburned. Das heißt ihr habt jetzt auf jeden Fall noch die Möglichkeit hier Kingpin, Flöckens, 1 bis 4, Hawkeye und Kate Bishop zu kaufen. Ansonsten wird das Ganze hier ab 9 Uhr Montagmorgen geburned sein. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eine relativ geringe Auflage haben. Und wir werden uns natürlich dann auch nochmal anschauen wie viel Collectibles hier insgesamt geburned wurden. Kommen wir zum Userwachstum. Und hier hat uns Staker mal wieder einen schönen Medium Artikel gebracht. Und wir haben hier eine sehr schöne Zusammenfassung einmal für den März. Und zwar haben wir insgesamt 342 neue User bekommen. Insgesamt haben neue User über 240 Collectibles sowie über 600 Comics collected. Das heißt es könnte hier auch einen Zusammenhang zu der neuen Vivi Comics App im Prinzip bestehen. Außerdem wurden insgesamt 1100 Aktionen bzw. Transaktionen von neuen Usern getätigt in diesem Monat. Und über 40% von diesen Transaktionen haben sozusagen im Primary Market stattgefunden. Das heißt sozusagen bei einem Drop beispielsweise. Außerdem hat Vivi zwei neue Kategorien, Sport und auch Musik gelauncht. Und wir haben tatsächlich auch was mit dem Stormtrooper in diesem Monat wirklich auf Platz 1 geschafft. Denn Collectibles bought by new users. Insgesamt 40% davon sind hier tatsächlich die Stormtrooper gewesen. Was echt sehr sehr spannend ist muss man sagen. Unter anderem haben wir dann 47% noch mit anderen Collectibles. Das werden wahrscheinlich einige viele sein. Und ansonsten das andere hier was so halbwegs groß ist, ist der Rabbids Jukebox. Mit 3,4% auch nicht wirklich hoch meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall interessant zu sehen, was auch die neuen User hier auf der Vivi App treiben. Kommen wir zu Pixar. Pixar wird auf der Vivi App neue Collectibles launchen mit der Character Series 1. Ich bin mir da zwar eigentlich nicht so ganz sicher, eigentlich müsste es ja Character Series 2 sein. Da wir ja zum Beispiel Lightning McQueen schon tatsächlich auf der Vivi App haben. Von daher macht das meiner Meinung nach nicht so ganz viel Sinn. Aber auf jeden Fall bekommen wir jetzt hier insgesamt 5 neue Collectibles. Und zwar nämlich am nächsten Sonntag, dem 7. April um 17 Uhr deutscher Zeit. Wie gesagt, wieder 17 Uhr deutscher Zeit, da ja heute die Zeitumstellung passiert ist. Und dementsprechend jetzt alle Drops wieder von 16 auf 17 Uhr fallen werden. Ein Collectible, was wir auf jeden Fall bekommen werden, sehen wir jetzt in dieser Stelle hier schon. Und wir werden insgesamt auch 4 weitere dazu bekommen. Welche das sein könnten, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und kommen wir als nächstes zum Omi Token. Der ist in den letzten 7 Tagen tatsächlich ziemlich langweilig geworden. Insgesamt sind wir gerade zwar 4,1% im Minus. Wir bewegen uns aber die ganze Zeit in eigentlich einer Range hin und her. Und ich habe ja diesen Punkt hier auch schon mehrmals in meinen Videos behandelt, dass wir diesen Punkt hier auf jeden Fall halten müssten, um sozusagen nicht weiter abzurutschen. Sollten wir wie gesagt hier diese orange Linie brechen und wirklich nachhaltig darunter brechen, dann sehe ich persönlich den Kurs auf jeden Fall hier ein neues Low machen. Beziehungsweise hier tatsächlich nochmal im 0,0,0,5,4er Bereich möglicherweise. Dementsprechend ist dieser Bereich hier gerade auch fundamental und auch extrem wichtig, da wir hier auch in der Vergangenheit öfters mal ordentlich reagiert haben. Und von daher erwarte ich mir persönlich auf jeden Fall entweder eine Reaktion in den nächsten Tagen oder in den nächsten Stunden. Hier über diese Zone sollte das passieren, sieht es auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus. Und wir können einen weiteren Move nach oben erwarten. Sollten wir wie gesagt hier diese orange Linie nachhaltig brechen, dann warte ich persönlich jedenfalls noch mit Nachkaufen ab. Und kaufe dann in diesem Bereich nochmal nach, sollte er hier hinkommen. Das Ganze ist aber natürlich nur meine Theorie. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das eintreten wird. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich persönlich momentan beim UMI Token Price Action mäßig sehe. Und wo der Token auf jeden Fall nochmal hinkommen könnte. Für mich persönlich sieht es aber momentan eher danach aus, dass wir tatsächlich hier nach oben brechen werden. Denn wir haben jetzt hier tatsächlich ja äußerst viel Reaktion gehabt. Der Markt hat sich nicht weiter nach unten drücken gelassen. Und wir hatten jetzt hier tatsächlich sogar schon eine Candle, wurden dann aber auch wieder direkt absorbiert in der nächsten. Und jetzt wird es auf jeden Fall spannend, ob wir uns nachhaltig wirklich auch über diesen grünen Bereich hier arbeiten können. Ich hoffe, dir da draußen hat das ganze Video gefallen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Ostersonntag. Viel Spaß mit der Familie und Freunden. Und jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.